So hallo Leute, also heute wollen wir wieder mal das erste Mal Kaffee trinken in der Stadt und bei dem Wetter muss man ja mal reinmachen. Da haben wir uns natürlich da am Marketing gesetzt, am Kaffee getrunken. Jetzt habe ich mal eine Laudung Feinstaub für den Rest der Woche wieder reingezogen, weil so viele Omnibusse wie da fahren und Autos da vorbeifahren an dem Kaffee, das ist ja Warte bracht. Also da ziehst du ja den Diesel voll rein, also aber na gut, die Sonne hat man wenigstens, da war schön, was will man machen. Ist halt so, schweifert halt. Also ich wünsche euch einen schönen sonnigen Tag und lasst es euch gut gehen.